Alistair Cox, Uhrmacher und Automatenbauer, reist auf Einladung des Kaisers nach China. Der Kaiser von China, Qianlong, im 18. Jahrhundert der Inbegriff von Macht, von Prunk und Grausamkeit. Er lässt sich nennen der Erhabene, der Allerhöchste und Herr über die Zeiten. Er bestimmt wann Sommer oder Winter ist, egal ob es draußen schneit oder die Sonne scheint. Ihm soll Cox Uhren bauen, aber keine gewöhnlichen Uhren, sondern Uhren, die die subjektive Zeit messen. Eine Uhr, die das Zeitempfinden eines Kleinkindes wiedergibt und eine Uhr, die die Zeit eines Sterbenden schlägt. Und dann will er eine Uhr, die einmal angestoßen für immer läuft und die Zeit bis in Ewigkeit misst. Was ist die Zeit? Und was ist die Ewigkeit? Was misst eine Uhr und wie bemisst man das Leben? Können wir Menschen die Zeit beherrschen oder besiegt die Zeit den Menschen? Der Roman Cox oder der Lauf der Zeit von Christoph Ranzmeier ist eine Allegorie über die Zeit, die Ewigkeit und am Ende über den Augenblick. Der Augenblick, der keiner Zeit angehört. Er ist der Pulsschlag der Ewigkeit. Was für ein Buch! Er ist der Pulsschlag der Ewigkeit. Er ist der Pulsschlag der Ewigkeit. Vielen Dank.